Jo Leute, euer Fresh wieder back für euch mit einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute ein richtig heftiges Live-Contary, deshalb bleibt bis zum Schluss dran und ja, davor kommen wir noch kurz zu einem Gewinnspiel und zwar haben mich ja manche angefragt so, hä, was denn jetzt mit dem Gewinnspiel, was du gemacht hast mit dem Unlock All und so weiter und so fort aber Jungs, ich muss euch ganz kurz was zeigen ja, der Controller ist im Arsch, Jungs ich schwöre euch, ich wollte letztens so zocken, so, der ist einfach im Arsch, man ich hab zwar noch den Controller, den normalen halt, aber für den Unlock All, das ist quasi so ein Glitch, so ein Bug dafür braucht man einen zweiten Controller, ich hab so ein paar Freunde gefragt, aber die wollen mir einfach nichts ausleihen und viele von mir haben auch keine PS4 und so weiter deshalb, da tut mir auf jeden Fall leid und stattdessen gibt es jetzt eine PaySafe-Card im Wert von 10 Euro zu gewinnen deshalb schreibt nur in die Kommentare, Hashtag Gewinnspiel doch stopp Jungs, bevor wir zu dem Live-Contary kommen, könnt ihr ganz kurz abstimmen mit welcher Waffe ich die nächste Nuklear machen soll natürlich live deshalb schaut in die Beschreibung, dort ist der erste Link zu der Abstimmung also, ihr müsst einfach nur ankreuzen, mit welcher Waffe ich die nächste Live-Nuklear machen soll und dann würde ich gleich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder so Jungs, da hab ich schon eine Lobby gefunden, kaum meine Herrschaft, Hardcore natürlich ja, ich spiel mit Kampffokus und mit meinem Unlock All Account und ja, ihr habt euch ja gewünscht, dass ich mit Facecam aufnehme, deshalb ist jetzt die Facecam auch am Start ich hoffe, die läuft soweit ich hab jetzt keinen Bock wieder nachzuschauen und so und ich bin gerade einfach übelst ausgerastet, deshalb ist meine Stimme so ein bisschen weg ihr hört es vielleicht schon ein bisschen und ja, ich werde jetzt das besser rausholen, also versuchen das besser rauszuholen ich spiele jetzt mit der ICR ich hab mir gerade, ah, da war die bei 8, ähm, ich versuche gerade die ICR so ein bisschen zu leveln und zwar spiele ich ohne Schaft weil der Unlock All Typ, der oh, das sieht schon mal so richtig nice an, alter der Typ halt, der mir den Unlock All gemacht hat, der ist halt nur auf Waffenprestige gegangen so nice, da hab ich dich, du Hurensohn Jungs da, da war noch einer so, nice und der ist halt nur auf Waffenprestige gegangen der hat gerade Waffenprestige 2 gemacht und der hatte keinen, ähm, Bock mit zu leveln nice, triple kill so muss es laufen, man Collateral auch, Blutrünstig auch am Start Jungs, nice, läuft doch, du Drohne, die konnte raus und auf jeden Fall er hat Waffenprestige 2 gemacht keinen Bock dann zu leveln, ist auch klar, Jungs kann ich nachvollziehen so und deshalb level ich gerade die Waffe so, den haben wir ganz gechillt so geholt 3, 2, 1 und weiter geht's, Jungs ähm, ja, und zwar blende ich euch gleich die Klasse ein wenn ihr nochmal sehen wollt, mit welcher Klasse ich spiele das ist einfach unmöglich ohne Schaft, so weil man kann einfach im AIM man kann sich einfach gar nicht bewegen, man ist quasi so Mist, Gebrütt man ist einfach quasi so wie steif, Jungs man kann sich einfach gar nicht bewegen, so aber nur Homo natürlich, so, ne ich raste gleich wieder aus, Jungs, das verspreche ich euch, ne ich gehe gleich einfach raus es hat einfach keinen Sinn was, was bleibe ich hier auch überall drin, Alter richtig, richtig sinnlos von Jungs so ist halt die zweite Halbzeit und warum, ey es hat doch keinen Sinn, Jungs so, ich versuche jetzt einfach mein Bestes nochmal zu geben, so so, halt ich hab echt ein Missgeburt und, ja, ich empfehle euch einfach Combine zu spielen mit einer Party allgemein mit einer Party bockt sich übel zu so weil ihr könnt die einfach richtig nice spawn trappen weil die Teammates, guckt euch die mal an okay, das ist gut die geilen halt B so, ne aber die nehmen auch A, C einfach richtig unlogisch einfach ein weil die keinen Bock haben irgendwie nachzudenken, was die machen so, nice, Drohne raus so, hoffentlich wisst ihr, was ich meine Konter auch, nice ähm, ja halt, die, die nehmen einfach alles ein so, da kann man einfach nix reißen so, man will die halt spawn trappen aber die Gegner denken sich so ne wir nehmen jetzt alles ein, so so, ich bin kurzer Hater so ich geh, ich geh gleich einfach raus ich geh gleich raus hey so, ich versuche jetzt nochmal mein Bestes zu geben wenn ich jetzt noch einmal sterbe ich schwöre, ich geh raus, Alter ich geh einfach raus so, jetzt werde ich hier ein bisschen chillen nice, man nice so, ich versuche jetzt mein Bestes zu geben wie ich gerade eben schon gesagt habe so ein bisschen Wipeing, man ich hab keinen Bock jetzt noch mal zu verrecken aber eigentlich könnte ich rausgehen, Jungs ganz ehrlich, weil guck mal, zweite Halbzeit und was soll ich da noch schaffen kommen von Capture Kids nein, ja, Capture Kids sag ich schon nicht ich bin einfach so weg, Jungs mein Hirn ist gerade so verballert die Komponenten rechts oh, fuck, jetzt hab ich ihn irgendwie angehittet, Mann so, komm nice so, Jungs, bleibt bei C, bitte da kann ich dich schön sponterappen so, und das meine ich, Jungs das meine ich die Gegner dürfen einfach nichts also die Teammates ich sag schon, die Gegner so die Teammates komm, komm, komm er kürtet einfach er kürtet, Jungs so, weil so, seht ihr das gerade? seht ihr das? ich kann hier einfach locker easy wegholen so okay, ich bin kurzer Hater nice, Mann Hater auch am Start so, weil, guck mal wenn die Teammates nichts einnehmen ich kann hier einfach richtig nice spawntrappen ihr seht es ja gerade selber guck oh, fuck nice, Jungs was ist gerade passiert? ich hab ihn einfach Turn-on des Todes gegeben ihr seht es, ihr seht es gerade selber, Jungs die Teammates nehmen einfach ein wie die größten Geier, Jungs, Alter von die Bohrensöhne so, Drohne auch am Start aber ich werde gleich geholt von den Tryhards, Alter so, B-Saven ich gehöre ich diesen Härtlichen nice, Jungs, 500 Punkte, nice ich bin wieder kurzer Hater Hater, nice Hardcore ist halt übelst geil wenn ihr Solo spielen wollt ich empfehle es euch einfach nur guck mal, Level 8 ich hab immer noch kein Schaft, Jungs was ist los? das fuckt mich gerade übelst ab oh, fuck, 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 fuck hier bleib ein bisschen stehen weil die Dinger, die können euch einfach wegholen in Hardcore deshalb, ich empfehle euch einfach hier ein bisschen zu chillen ich weiß jetzt nicht, wie die Scheiße heißt deshalb immer chill, wenn ihr solche Scheiße in Hardcore seht bleibt einfach ganz gechillt zum Beispiel war ich auch letzten so 20er, ne ich hatte einfach Raps, alles oh, warte kurz nice, ich hab' ich auch nicht oh, Jungs so, ich hatte Raps, alles, ne was ist die Raps töten einfach meine Teammates juckt nicht 20er ich werd' einfach rausgeworfen so so, Teammates pusht ein bisschen c Teammates pusht doch einfach, man so nice Hater raus so jetzt laufe ich wieder zur A und ich empfehle euch, Jungs, wenn ihr mit einer Party spielt spielt ganz normal, ohne Hardcore und so ich spiele auch zur Zeit mit Black Sniper und so verlinke ich auch in der Beschreibung vielleicht ja, auf jeden Fall, man auf jeden Fall und nachgiebig, Jungs, scheiße, man ich zitter gerade so heftig, ne ich, ich versuche hier so viel zu reden wie möglich und gleichzeitig was Gutes zu spielen und meine Stimme ist gerade so weg, Alter und da wird ein paar Art auch am Start so, Jungs okay, jetzt ne kurze Pause, das ist gut, Jungs das ist die Team jetzt wieder A innehmen so, jetzt laufen wir aber trotzdem zu c weil es wird langsam Zeit, äh, zeitlich ein bisschen knapp so, irgendwie gucken lol, wie habe ich den weggeholt, Alter Jungs, Mann, was ist hier los total, fuck, Alter ich habe keinen Hater und ist gleich auch vorbei, Mann und ich habe keinen Hater, Mann okay, das ist gut, dass sie jetzt A haben jetzt Prefire ist ein bisschen so, nice, Hater raus, Hater raus gut so, 26 Euro so so, Jungs, tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen Prefire aber es ist gerade so notwendig, ne ich schwöre, ich bin gerade so aufgeregt so, komm, 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 push, push, push rein ja, push doch Nuklear ich schwöre, ich schwöre jetzt noch eine kleine Gunstreak oh, Jungs oh, shit, das war irgendwie eine 4 Minuten Nuklear lass einfach 50 Likes da, da sehe ich, dass sie die besten Jungs seid, so alter, das Jahr fängt schon richtig nice an, so bewerten konnte ich nicht vergessen ich bin einfach, ich bin einfach raus, einer ich bin sprachlos, Jungs und schaut unter den, äh, unter die Kommentare so einen Link für die Abstimmung der Waffenauswahl für die nächste Live-Nuklear vorbei ich bin raus, bis zum nächsten Mal und tschüss